Leute, was geht ab? Hier ist natürlich wieder euer PyroEistv am Start mit einem weiteren Video extra nur für euch. In diesem Video geht es natürlich um frei für alle, Hashtag 002 mit der VMP und ja es hat mega mega Bock gemacht, nur leider ist es im Moment so, dass mir die Lust an Black Ops einfach mega vergeht und ich natürlich hoffe, dass ihr irgendwann mal was rausknallt, welches Spiel ich rausbringen soll. Übrigens an Baran, der unter mein letztes Video natürlich geschrieben hat, bringst du mal GTA. GTA ist im Moment einfach auch so ein Spiel, was ich auf PS4, als ich dort noch aktiv war, auch sehr sehr viel gedaddelt habe, wo ich sagen muss, davon bin ich auch mehr als satt gesehen. Und ähm, ja, haut einfach bitte mal was raus, Leute, ey, das kann doch nicht so schwer sein, einfach mal was zu schreiben, worauf ihr Bock habt, was zu sehen. Ähm, nebenbei noch die Sache, ähm, ja, wer es gecheckt hat, ich habe diesmal keine Musik dabei, weil ich einfach keine Lust hatte, diesmal so lange zu rendern und dass das wieder, äh, bis in die Puppen reingeht. Und ähm, viele News gibt es auch und zwar bringt der Paramount nachher ein neues Video hoch. Ich bringe demnächst neue Videos weiterhin von den Gameplays, habe ich euch versprochen. Die neue Webseite wird online gehen nachher, also die Videobeschreibung wird nachgetragen in dem Video Verlinkungen hier. Also regelmäßig reinschauen auf das Video hier. Unser Shop wird das erste Mal online gehen mit richtig geilen Klamotten. Und dann werden wir demnächst eine Verlosung starten. Und viele weitere Sachen werden noch folgen, die ich jetzt aber alles nicht in diesem Video betonen werde, weil sonst geht das Video über eine Stunde. So. Zu der Sache, wir suchen im Moment wirklich krass viele Leute, auch auf der Xbox vor allem, weil wir ja auch im Moment, äh, ja, wir sind gewechselt, haben hier halt keine Leute, die wir kennen. Und wir hoffen natürlich auf viele neue, nette Leute vor allem und reife, die im Kopf wirklich mal ein bisschen reifer sind als, ne. So, aber auch bitte Spaß verstehen, ne. Wenn ihr Bock habt, oder ihr Bock habt, darunter gerade seid oder jemand kennt, sagt dem Bescheid. Oben links ist mein Gamertag, oben rechts ist mein Twitch-Account. Dort werde ich jetzt jeden Tag livestreamen, mindestens immer eine Stunde. Und, ähm, wie gesagt, warum ich nachts Videos nur noch hochladen kann im Moment, wisst ihr. Kaum Zeit und so. Und, ja. Sonst gibt's eigentlich gar nichts zu sagen, außer zwei Tagen B-Day, Alter, was ist los? Dann werde ich schon wieder ein Jahr älter und dann bin ich genau 20 Jahre alt. Leckt mich am Arsch. Hab ich voll keinen Bock drauf. Egal. So, ich wünsche euch noch viel, viel Spaß mit dem weiteren Video. Ich hab nämlich jetzt im Moment keine Lust mehr zu quatschen. Nein, Spaß. Mir fällt einfach nichts ein, was ich jetzt noch raushauen könnte. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Schaut's euch auch ohne Musik an. Ähm, wie gesagt, in den Kommentaries bitte reinschreiben, was ihr euch vielleicht für, ja, vielleicht für Videos wünscht. Vielleicht, was im Stream wünscht, an Games, worauf ihr Bock habt. Nicht immer ich. Sondern, vielleicht sind da auch unter Spiele bei, die ich geil finde. Ja, was gibt's dazu noch zu sagen, außer, dass wir aktiv sind. Mehr als aktiv im Moment. Over Places sind wir ebenfalls noch aktiv. Nur, dort sind dann andere Ansprechpartner. Dort wendet euch bitte an den Taiki, den seine PSN-ID habe ich in der Beschreibung. Oder halt an den Patrick, der ist auch in der Videobeschreibung. Und mich habt ihr oben links, wie gesagt. Den Paramount braucht ihr nicht, denn sein YouTube-Account ist verlinkt. Und ich hoffe, dieses Video hat euch Spaß gemacht. Lasst einen Daumen nach oben. Wenn nicht, geht einfach Daumen runter. Macht nicht mega aggro. Nein, Spaß beiseite. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch runter machen. Ich meine, ich scheiß drauf. Ich mach's auch Spaß. Und nicht vergessen, wenn ihr neu seid, lasst doch bitte ein Abo da. So, wir sehen uns. Wiederschauen. Reingehauen. Ohne nähert sich. Ohne nähert sich. Attentäter neutralisiert. Wiederschauen. Gut. Hört euch. Beseitigt. Kampffokus bereit. Spekt erledigt. Sie sind erledigt. Bestätige den Abschuss. Der ist erledigt. Drohne bereit zum Einsatz. Die Sensoren erfassen das Ziel. Bestätigt. Drohnenmissionszeit bei 50%. Drohnenprioritätsanforderungen erhalten. Umleitung. So. 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 Fokus bereit. Feindliche Blitzschlag Zielerfassung aktiv. Feindlicher Blitzschlag steht bevor. Spektrum. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Erbitte Drohnen Einsatz. Perimeter auf 10.000. Ruin ist weg. Damit hätten sie rechnen müssen. Und wir sehen uns über 50.000. Das確 ist für uns in den Berstaunen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. und ich reinkalte runden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020